Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute kommt die Auslosung von meiner 400-Abonnenten-Verlosung. Und ich habe vor zwei Tagen schon die Namen hier drauf reingetan, also das Zettelchen fertig gemacht. Und heute haben wir ja den 24. Mai. Und wir haben Nachmittag. Ich bin gerade nach Hause gekommen von der Arbeit. Und ich habe nochmal geguckt. Es haben also eine Menge mitgemacht und zwei sind noch dazu gekommen. Die habe ich hier auch reingemacht. Und die werde ich gleich einmal nochmal mixen, beziehungsweise das muss man einmal so ein bisschen durchmischen. Und dann zeige ich euch einfach nochmal, was ihr gewinnen könnt. Das habe ich ja schon in dem letzten Video euch schon so gezeigt. Aber hier könnt ihr noch einmal einen Blick reinwerfen, was die glückliche Gewinnerin oder der glückliche Gewinner dann gewinnen kann. Also ich könnte nochmal so einmal so einen kleinen Einblick bekommen. Und die glückliche Gewinnerin oder der Gewinner muss mir dann eine E-Mail schreiben. Also ich werde in die Infobox, also unter dem Video, werde ich dann meine E-Mail-Adresse von YouTube quasi, die ich für YouTube benutze, einmal zeigen. Also unten verlinken, aufschreiben. Und dann müsst ihr mich dann einfach kontaktieren. Ich brauche dann einmal eure Adresse. Und dann müsst ihr mir einmal euren Getränkewunsch einmal mir aufschreiben, beziehungsweise schicken. Ich verlose ja ein Getränk für diesen Flamingo-Halter. Und ich hatte hier einmal so Waldmeister-Ahoi-Brause. Das habe ich schon probiert. Und ich muss sagen, es schmeckt nicht ganz so gut geschmacklich. Ihr könnt es euch überlegen, ob ihr das auch haben möchtet. Waldmeister. Aber Waldmeister mag ja nicht jeder. Aber es gibt von der Ahoi-Brause, gibt es auch einmal Himbeer. Dann gibt es Orange und Zitrone. Also das könnt ihr mir einmal kommentieren, schreiben, ob ihr das gerne haben möchtet. Also welche Sorte von der Ahoi-Brause. Falls ihr das nicht möchtet, kann ich euch auch eine Fanta kaufen oder eine Cola oder eine Sprite. Da müsst ihr mir einfach nur schreiben. Und ihr könnt mir dann aber auch nochmal schreiben, welches Getränk ihr haben möchtet. Also Cola, Fanta, Sprite. Wenn es diese Ahoi-Brause nicht mehr geben sollte. Also ich war jetzt schon längere Zeit nicht mehr im Markkauf gewesen. Ich weiß leider nicht, ob das nur ja so ein Angebot war für diese eine Woche oder ob es länger im Sortiment ist. Das weiß ich leider nicht. Also am besten beide schreiben. Entweder eine Ahoi-Brause auf jeden Fall, wenn ihr die möchtet. Oder noch ein anderes Getränk zusätzlich noch dazu. Also zwei Getränke aufschreiben. Aber wenn ihr keine Ahoi-Brause wollt, dann reicht mir ruhig, wenn ihr einmal eine Cola, Fanta, Sprite haben wollt. Dann würde ich das einfach dann da in den Karton noch dazu reintun. Ja. Dann geht es ja einmal jetzt ans Verlosen. Aber ich wollte noch einmal sagen, ich möchte mich einmal ganz herzlich bei euch bedanken für die vielen lieben Kommentare, die ihr mir geschrieben habt. Das freut mich sehr. Und ich fand das immer sehr spannend, wenn man eine Verlosung macht. Weil man sieht dann überhaupt jemand, wer einen kommentiert, wer überhaupt einen überhaupt abonniert hat. Weil oft sieht man das ja dann auch gar nicht. Und man kennt ja auch denjenigen oder diejenige nicht, die dann schreibt. Beziehungsweise einen, die Videos halt auch schaut. Deswegen finde ich das so ganz schön. Ich freue mich auch immer über einen netten Kommentar. Und es ist immer sehr schön. Man spricht ja zu ganz vielen Menschen, aber man weiß nicht, zu wem man denn so spricht. Ja. Ich habe hier noch so eine Dose. Da wollte ich noch einmal richtig durchmixen. Oder durchschütteln, besser gesagt. Ich bin schon sehr gespannt, wer gewinnt. Also ich würde am liebsten gerne euch allen irgendwie so eine Kleinigkeit irgendwie geben oder schenken. Aber das ist mir leider finanziell nicht möglich. Weil es haben sehr, sehr viele mitgemacht. Dann spiele ich heute einmal ein bisschen Glückstehen. So, ich denke mal, das reicht. Ich öffne das einmal und ich ziehe jetzt einmal den Gewinner. Ich gucke auch mal nicht hin. Ich glaube, ich nehme diesen Zettel. Und dann gucken wir einmal, wer sich da drin verbirgt. Also, die glückliche Gewinnerin ist einmal Janine Riedel. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Gewinn. Ich freue mich, dass du gewonnen hast. Und schreib mir gerne. Die musst du mir auf jeden Fall auf meine E-Mail-Adresse schreiben, damit ich dir den Gewinn zukommen lassen kann. Und schreib mir auf jeden Fall, welches Getränk du gerne haben möchtest. Und falls du Ahoi-Brause nicht magst, hast du ja drei Getränke zur Auswahl. Und falls es die Ahoi-Brause ja nicht gibt, kannst du dir zwischen den anderen drei Getränken eins aussuchen. Das lege ich dann dabei für den Flamingo. Ja, vielen herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben. Und ich sage einmal Tschüss und bis zum nächsten Video. Tschüss!